Mein Liebling vor dem Wochenende ist eindeutig der Nasdaq Future. Wir sehen, dass der Markt hier tapfer nach oben gegangen ist vom letzten Tief und das ist das Entscheidende. Von einem echten Tief ausgehend haben wir eine, wir sehen das hier im Tagesschart, vier Tage straight up, also richtig schön nach oben, ohne irgendwelche großen Rücksetzer das Ganze auch hier im 4 Stunden Chart zu sehen. Natürlich Intraday gibt es immer mal irgendwelche Rücksetzer, mal wegen der Notenbank oder sonst wegen Kleinigkeiten, aber insgesamt die Bewegung der letzten vier Tage nach oben. Und zwar, und das ist wichtig, in keiner Form irgendwie korrektiv, sondern mit einer klaren starken Ansage, was die Richtung angeht und das lässt hoffen, dass sobald wir einen Rücksetzer bekommen, der ein bisschen größer vielleicht mal ist, Stichwort in diesem Fall, ich zeichne das mal im 4 Stunden Chart ein, machen wir es mal ein bisschen größer, damit ihr es auch mobil besser erkennen könnt, von diesem Tiefpunkt ausgehend bis zum aktuellen Hochpunkt. Aber vorsichtig, wir wissen nicht, ob das hier bleibt, das ist denkbar. Ich hatte eine ähnliche Zeichnung vor kurzem schon mal gezeigt, was hat der Kurs gemacht? Der ist noch weiter gestiegen, irgendwie so ein Hoch hier irgendwie. Das heißt, wir werden auch noch wieder neu zeichnen müssen, wenn er weiter klettert. Also wie weit er hier noch klettert, lässt sich quasi nicht gut erkennen. Wir haben jetzt bald hier so ein bisschen Widerstand aus alten Zwischenhochs. Das zählt für einige. Vielleicht, ich habe es noch gar nicht gemessen, gibt es auch eine Extension, die da vielleicht in irgendeiner Form klastert, indem man mal sagt, okay, diese Bewegung nach oben hier drüber extendiert 127, die brauchen wir nicht mehr, da sind wir schon durch. Wichtiger sowieso, die 161,8er. Also ich sage mal, hier hätten wir einen gewissen Widerstand im Markt. Nur weil da jetzt mal ein, zwei Linien liegen, ist das noch kein Drama. Also bitte jetzt nicht davon ausgehen, da liegen Linien, da kann der Kurs nicht durch, um Himmels Willen. Das ist nicht der Fall. Aber einige Marktteilnehmer werden sagen, boah, jetzt sind wir so stark schon gestiegen. Lass mal Pause machen. Lass vielleicht mal Gewinne mitnehmen. Lass mal im Moment erstmal noch nicht kaufen. Wenn er hier drüber geht wieder, dann ist das was anderes. Aber ich kann mir vorstellen, im Umfeld dieser Marke, vielleicht auch ein bisschen unterhalb, kommt ein gewisser Widerstand und wenn dann der Markt, das wäre so mein Wunsch, ein bisschen wackelig runterkommt. Wie gesagt, das kann ab sofort sein, kann sein, dass es noch ein bisschen höher ist. Tendenziell gilt allerdings, in den Bereich der 78, ich mache jetzt mal nicht dieses hoch, ich mache nicht dieses hoch hier, also dieser Widerstandsmarke, ich mache mal irgendwo dazwischen, denn es kommt mir hier nicht millimetergenau drauf an. Je nachdem, ob der Punkt ein bisschen höher oder tiefer liegt, liegen natürlich auch diese Marken etwas höher oder tiefer. Aber etwas Klassisches wäre, wenn der Markt hier in diese Zone wackelig zurückfällt. Wenn er das tut, blöderweise, das kann ich noch nicht versprechen. Viele wünschen sich das immer. Sagen, ja, aber der muss konkreter werden. Sag doch, was Sache ist. Ich kann euch doch nicht jetzt schon sagen, ob das so passiert. Was ich aber sagen kann, ist, wenn der Markt so ein Verhaltensmuster zeigt, so wie es jetzt blau gemalt ist. Den ersten Teil hat er ja schon, aber den zweiten Teil, der ist noch Fantasie. Er wäre aber typisch. Und wenn es tatsächlich so kommt, hätten wir hier einen wunderschönen Trigger. Jetzt ist es aber vielleicht nicht so. Dann nehmen wir das Baustein, das Bauteil hier weg. Es kann auch so sein, dass es so ABC-mäßig ist. Naja, dann ist das eben der Trigger sozusagen, um uns nochmal nach oben zu bringen. Und zwar ähnlich lang wie das, was wir hier haben. Warum? Naja, weil das die erste Welle ist. Der Kurs kam ja von weit von oben. Schaut es euch selber gerne auch nochmal im Chart an. Dann ist das offensichtlich die erste Welle. Dann wäre diese ABC wohl die zweite Welle. Die ist auch groß genug und lässt sich unterscheiden von denen, wenn sie so ein Ausmaß in etwa hat. Und dann könnten wir von dort aus die Longseite fahren. Ich vermute, das wird vor dem Wochenende nichts mehr. Es kann sein, dass wir jetzt vor dem Wochenende hier in diese Geschichte kommen, dass der eine oder andere Marktteilnehmer sagt, boah, ich nehme mal vielleicht ein bisschen Gewinne mit. Heute ist auch noch Verfall. Das mag auch nochmal dafür wirken, dass der Preis vielleicht nochmal ein bisschen einen Einfluss hat. Vielleicht passiert das auch erst nach dem Wochenende. Das werden wir dann sehen. Das werden wir eh abwarten müssen. Aber das würde dann hier die Aufwärtsrichtung bringen. Jetzt noch einzusteigen auf diesen großen Zeitebenen finde ich nicht besonders clever, zumal ich ja schon ausgemacht habe, dass so die ungefähre Marke beim Future wohlgemerkt von 14.400 ein möglicher Widerstandsbereich ist. Es kann auch ein bisschen tiefer sein, ein bisschen höher. Das geht hier nicht um 100 Punkte genau. Aber hey, wir reden hier über einen Anstieg, der über 1000 Punkte gegangen ist. Dann müssen wir da oben auch nicht super pingelig sein, was das angeht. Insgesamt wäre das aber erstmal ein ganz gutes Zeichen. Würde auch in dieses große Bild passen, wo wir gesagt haben, mindestens mal eine Teilgegenbewegung, die vielleicht sich ja noch ausweitet, vielleicht auch nicht. Aber zumindest diesen Teil hier, den haben wohl beide Ideen grundsätzlich erstmal gleich. Und diese Idee, die wir hier haben, das ist nichts anderes als diese hier. Sprich, das wird das nächste Spannende. Für unsere Intraday-Freunde, die jetzt sagen, da will ich aber nicht drauf warten. Ich will ja heute Nachmittag vielleicht schon was machen. Der letzte, der jüngste Arm geht nach oben. Es ist ganz sicher nicht die erste Bewegung. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Warum nicht? Weil der Kurs ja schon von unten kam. Trotz alledem, solange die Bewegungen nach unten eher wackelig sind, also solange diese Bewegung, ist eine ganz klare Abwärtsbewegung, machen wir uns nichts vor und die ist ganz klar wackelig. Solange das so ist, ist es wohl eher eine Fortsetzung nach oben. Das dürfte auch heute Nachmittag für alle Freunde des Intraday-Handels der Fall sein. Also das mal im Hinterkopf behalten. Alternativ, ich muss es leider so sagen, wenn der Markt eben nicht wackelig runterkommt, sondern so, dann wären das eben Einstiege auf der Abwärtsseite, die dann möglich wären, also für unsere Teilzeit-Shorties sozusagen, dass der Markt nochmal nach unten geht und vielleicht damit sogar dann dieses etwas größere Bild eingeleitet wird. Viele wünschen sich natürlich, naja, Moment, ich bin jetzt hier schon long. Ich würde gerne vorher wissen, ob das passiert oder ob das passiert. Ja, ich auch. Ihr werdet keinen seriösen Ansager finden, der sagt, ganz sicher, ich kann euch das sagen. Also Ansager, die sagen, das passiert oder das passiert, gibt es immer wieder. Aber mit einer seriösen Aussage, dass das jetzt ganz sicher kommt, hat das alles nichts zu tun. Aber ihr könnt natürlich sagen, wenn ich hier schon sehe, dass wir so runterkommen und wackelig hoch und das kann auch auf einer kleineren Ebene, kann ich ja auch mich von Longs zumindest vorzeitig verabschieden, denn es gibt immerhin nochmal diesen Zwischenshort und dann könnt ihr entweder diesen Short mitnehmen. Das ist jetzt für die ganz kurzfristigen unter euch oder aber eben sagen, ich schließe meine Long-Position, bis der Kurs dann vielleicht hier das A, B, C, was wir hier haben, wieder nach oben durchschlägt. Ihr seht, das ist ein Hangeln von Korrektur zu Korrektur, von Dynamik zu Dynamik. Das allerdings ist häufig sehr offensichtlich. Nicht immer ist das klar zu sehen, aber wenn man es klar sieht, dann hat man da ganz gute Chancen. Ich will euch den S&P 500 nicht wärmstens empfehlen, denn der ist fast genauso wie der Nasdaq. Insofern kann man den fast alternativ nehmen. Warum fast? Leider ist dieses Tief, also das Tief, nicht der tiefste Punkt. Wir hatten hier vorne einen. Das finde ich immer nicht ganz so schön, deshalb würde ich den Nasdaq da bevorzugen. Das grobe Bild ist hier aber genau das gleiche und deshalb die gleiche Schlussfolgerung. Im Groben ist es auch beim Dow Jones so, der ist allerdings doch nochmal ein bisschen anders, denn ich muss sagen, das, was ich hier beim Dow Jones sehe, das hat am ehesten nochmal so den Charakter einer Aufwärtskorrektur, wenn ich mir das angucke. Und hier wird jetzt entschieden, ob die Marktteilnehmer, das war der falsche Knopf, ob die Marktteilnehmer Kraft und Willen genug haben, den Kurs da einfach durchzuprügeln, durch weitere Käufe. Dann ist dieses Bild schnell vergessen. Oder ob man nicht sagt, nee, wir haben hier auch beim Nasdaq und S&P so langsam aber sicher Pause. Da warten wir mal und gucken mal, wie diese Abwärtsbewegung aussieht. Ob die dann wieder stark ist in Fortsetzung dieser Geschichte, durchaus denkbar. Oder ob die wackelig ist als Gegenstück zu dieser Geschichte und vielleicht dann im Anschluss nochmal irgendwie eine Fortsetzung kommt. Das werden wir dann sehen, aber ebenfalls an diesem Teilstück. Also Bullish insgesamt der Markt am wenigsten. Alle Märkte sind in der Nähe einer Widerstandsmarke. Ich habe es eben gezeigt. Also insofern würde mich eine Gewinnmitnahme vom Wochenende sowieso. Wir haben Kriegssituationen. Keiner weiß, was richtig passiert. Man muss allerdings dazu sagen, für uns ist der Ukraine-Krieg ein natürlich viel intensiver wahrgenommenes Moment, als das bei den Amerikanern ist. Denn wenn man sich mal die gesamten Aktienbewegungen anschaut, das ist jetzt der Russell 2000 und uns hier mal anschauen, was seit Ende Februar passiert ist, dann stellen wir fest, eigentlich nichts. Alle Rücksetzer, die wir in dem Gesamtmarkt der amerikanischen, nicht jetzt einzelne Titel, das ist jetzt hier 2000 Aktien verbunden. Das ist eine Seitwärtsbewegung und das deutet doch an, dass die Amerikaner mit dieser Situation ein ganz anderes Verhältnis haben, als wir das gewohnt sind. Also insofern denke ich mal, würde ich das jetzt nicht übermäßig ernst nehmen. Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende nochmal im Sinne von, oh Gott, wir haben jetzt Angst. Das ist beim DAX ein bisschen anders, zumindest mal aktuell sehen wir, dass hier im 15-Minuten-Chart oder hier im Mehrstunden-Chart der DAX-Index zumindest mal ein wenig Schwäche hat. Allerdings muss man auch hier sagen, dass diese Abwärtsbewegung klassisch korrektiv aussieht. Das heißt, noch ist dieser Markt ja ein bisschen am Laufen. Ich sehe sogar Chancen, dass wir hier nochmal einen Schwung nach oben nochmal mitkriegen. Also das sieht für mich nicht stark, als wir wollen unbedingt verkaufen aus. Im Gegenteil, das macht eher Mut nochmal für Einstiege. Vielleicht nicht mehr vor dem Wochenende, aber dann möglicherweise danach. So, ich hoffe, dass es euch das ein bisschen ein Beispiel gibt, worauf wir gucken. Wie gesagt, Nasdaq ist im Moment am schönsten. Eigentlich, weil das Bild sowohl im Großen wie im Kleinen wunderbar schön zusammenpasst. Schaut es euch notfalls nochmal an und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt. Vor dem Wochenende noch, aber dann auch vielleicht in Vorbereitung schon für die Zeit danach. In diesem Sinne euch alles Gute und ganz liebe Grüße.